Hi Leute, Tim hier und wie ihr sehen könnt, ja, machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind auf der Suche nach etwas, was uns ja helfen kann mit diesem Boot. Kenny ist zu beschäftigt, das Schiff anzugucken. Yes, es ist deutlich in die Hose gegangen. Was ist da? Wir können das angucken. Stimmt, geholfen hat es nicht, obwohl die sich eingebunkert haben. Was ist das? Ne, mit Papier kann man nicht wirklich viel anfangen. Zeitungsstand, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was sind diese Markungen? Die sind überall auf dem Platz. Einmal, zwei, eins. Ich habe jetzt erst mal im ersten Moment gesagt, das sind die Glocken, die angeschlagen werden müssen. Ja, ich glaube, die wollen nicht, dass wir da rankommen. Ne, geschossen wird nicht. Das ist alles aus Leichen hier. Oh mein Gott, die ganze Stadt. Okay, gehen wir mal da dran. Ich glaube, da haben wir zu wieder. Ich glaube, da sind eher die Glockendinger, wie oft man was läuten muss, bis X passiert. Ach, Moment. Ich muss ja das Ding absuchen mit dem Teleskop. Stimmt. Machen wir das mal zuerst, bevor wir die Stadt durchsuchen. Ah, wo ist denn das Teleskop-Ding? Irgendwo links muss es sein. Ah, da ist es. Ernsthaft? Ja, das sieht der nach auch aus. Dass das kein, dass das kein, ich sieht. Gut, wir brauchen 25 Cent. Ich schätze, im Zeitungsstand wird 25 Cent in der Kasse sein. Habe ich mir gedacht. Hallo, schön. Empte. Ja. Oder auch nicht. Schauen wir mal an die Seitengasse, wenn wir schon mal hier sind. Hat nicht ein toter bisschen Geld in der Tasche? Ernsthaft. Was ist das? Eine Parkuhr. Da muss Geld drin sein. Ha, da ist es. Dass man für sowas extra noch Geld bezahlen muss. Krass. Die sind wahrscheinlich nur für die Wartungskosten, gehe ich mal von aus. Also, was ist das? Oh, nein. Oh, nein. Das war nicht. Oh, nein. Ich glaube, dann hat sich das auch erledigt. Stimmt, wir können nach einem Boot ausschalten. Ah, der Schlaukopf tatsächlich auch. Der Talmud Memorial Bridge. Und hier ist noch irgendwas zum Klicken. Was ist das? Get down, get down! Was ist das? 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 Das wäre unser Bellringer. Wie geht's gut? Das klingt wie ein Plan. Okay, du gehst in die Mitte der Straße. Ich gehe nach der Seite und schaue deine Flanke. Wir kommen auf ihn ruhig. Von Überraschung. Wir wollen nur mit diesem Mann sprechen. Ich glaube, mit einem Handgun ist das kein Problem. Gucken wir mal, wie wir diese Situation handeln. Ich glaube, der hat das schon bemerkt. Was? 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 Was ist das? Was? 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 Oh Gott, oh nein, bleib bloß liegen. Bleib bloß, sieh das wie eine Frau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hallo, Clem. Du sicher willst du wissen? Als alles begann zu schlafen, einige Leute zusammengekommen und veröffentlicht die ganze Stadt. Leute, die bereit zu tun, um sich zu bleiben, um die Menschen zu bleiben. Und zu verhindern die Menschen. Ich versuche sie zu verhindern. Warum? Wir sagen, sie haben eine Zerotoleranz-Polizei für jemanden, die nicht oder nicht leben können, durch ihre Regeln. Also, wie wissen wir nicht sie? Weil es keine Kinder in Crawford gibt. Nicht mehr. Was bedeutet, keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder. Keine Kinder. Keine Kinder mit einer Medikation mit einer Medikation. Basically, keine Kinder, die auf die Gemeinde sein kann. Crawfords ist alles über die Überzeugung der Beste. Das ist wie sie überzeugt. All die resten der Welt geht um sich herum. Jesus Christ! Ja, das ist nur das Gegenteil. Wenn man sich darüber nachdenkt. Was genau Crawfords machte mit all diesen Zeroten? Was ist passiert? Ja, du kennst dich schon ein paar von ihnen. F*** ich. Sie haben sie ohne Bracht. Ja, jemanden, der schwach wurde, jemanden, jemanden zu alt, jemanden, jemanden, die sich nicht stark genug zu überleben. Für sie, diese Menschen, die sich nicht stark genug zu überleben. Eine Drehung auf ihre preisenden Ressourcen. Ich weiß nicht. Das heißt, wir sollten da bloß nicht rein. Gehen wir rein, werden wir sterben, gehe ich mal von aus. Ja, das wäre ich. Ich wusste es! Lee, ich wusste, dass sie diejenige, die uns folgen sind! Geh das Finger aus meiner Gesichter, Grandpa, bevor ich dich auf deine Scheine schreie. Ich habe nicht folgen, ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ja, ich weiß nicht, Kenny, die Sprache auf der Radio war ein Gott, weißt du? Ja, also, wer du bist, ringen die Bellen heute Morgen nahm uns alle getötet. Wir haben die Todes alle um uns. Das ist die Idee, Genie. Das ist so, wie ich mich herumschrauben. Ich ringen eine Bellen in einer Nähe, um die localen Geeks zu holen. Für mich ein bisschen Zeit, um die Bereiche zu schrauben, die sie auszurechen. Geeks? Das ist das, was sie? Ja, wie bei der Karneverein? Bellen alles, alive oder dead. Das ist ziemlich smart, mit der Bellen. Es geht nicht viel, dass sie die Todes nicht auszurechen. Bunche dummarsch. Du musst einfach schnell gehen, bis in und weg, bevor sie wieder zurückkehren. Ich versuche dich wieder zu fragen. Du bist nicht von Crawford, also wer bist du? Was machst du hier? Ich bin hier nach hier, nach einer Böden. Ich hoffe, dass unsere Leute aus hier rauskennen. Und wir finden etwas, sicher. Ja, gut mit dem Böden. Wer mit einem Böden aus hier rauskennen, als die Leute zu essen. Und wir haben uns zu essen. Einige, die sich hinterlassen wurden, Crawford stripped sie für Fahrzeuge. Fahrzeuge, auch. Da muss auch etwas sein. Wenn es da ist, denkst du, dass ich hier noch sein würde? Ich bin über jeden Inch von der Stadt. Das ganze Ort ist gezogen. Goddammit! Fuck! Hey, moron! Du willst deine Hände aufhören? Schau. Du willst deine Hände aufhören? Als du nicht aufhören, ich würde dir die Leute zurückkommen, nach wo du kamst, bevor du... Great. Just great. Nein, das ist... ... Schau. Was hast du in die Gefäquent? Der muss die Schein verbrachten zurückkennen. Schau. Da sind die Gefäquent? Wie hast du sie zurückgebracht? Keine onboardnieren. Da ist auch noch nicht zurück nach der Stadt? Mark, ist da... Nein! Bitte, bitte, nicht uns verlassen! Komm schon, mach es schnell! Ah, verdammt mich! Komm, komm, schnell! Bibi, komm schon! Komm schon, Mann! Ein guter Rumpf! Komm schon, Mann! Ah, das ist nicht hier! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich würde ja gerne! Ich würde ja gerne... Ah, kid, geht es auf! Hier, benutze das, um es auf zu öffnen! Komm, 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 komm! Bibi! Die Frage ist, wieso kommen die nicht runter? Oh, okay. Die werden hier runterkommen. Geh auf dein Haus, okay? Ich will dich dort treffen. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass Clementine noch nachkommen wird, wenn wir ihnen einsagen. Shit. Man muss überlegen, sie ist durch tausende von Zombies gerannt. Okay, hier kommen wir nicht mehr hoch. Hier kommen wir auch nicht mehr lang. Oh, ist ja gar kein Wasser mehr hier. Lopsam. Wird mich nicht wundern, wenn die... Auch hier unten sind die Zombies. Da hat irgendwie so ein bisschen was zu residieren durch die Kanalisation. Ich frag mich echt, ob die wirklich so gebaut sind. Ich persönlich hab natürlich keine Ahnung, bin ja kein Kanalbauer. Aber... ziemlich geniale Erfindung, diese Kanalisation. Hm. Irgendwas zu mitnehmen? Hm. Irgendwas zu mitnehmen? Bestimmt. Ich hätte nur noch... Seuche übertragen können. Was ist das? Ach echt? Ich finde, dass sie doch ein bisschen mehr anstrengen können. Okay. Da brauchen wir einen. Oh shit. Oh shit. Machen wir mal an. Nehmen wir in eine Richtung. Ah, wir haben Wasser angeschaltet. Und locken die damit an. Fuck. Ja. Ähm. Ähm. Nehmen wir den Kram einfach mal mit. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Ne. Ah, mit diesem Ding kommt man ja wirklich weit. Ich glaub das ist so ein Bergsteigerausrüstung, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwer hat mich angeguckt. Ich weiß nicht wer, aber ich mach einfach mal das Ding ein. Komm. Nach rechts drinnen. Und... Ich glaub jetzt müssen wir laufen. Was ist das? Ich glaub. Komm, 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 komm. Jawohl. Komm, lauf. Lauf mal weiter. Lauf mal schön weiter. Ich geh zum Wasser. Mach dir nix mit falsch. Ernsthaft. So. Kann ich jetzt durch? Ich bin mir sicher, dass das Chuck ist. Ich weiß nicht. Das ist Chuck. Oh mein Gott. Chuck. Du musst dir versucht, hier zu schlafen. Schau. Ich weiß nicht. Woher hat er die Waffe gehabt? Ich weiß nicht, woher hat er die Waffe gehabt. Du musst dir die letzte Waffe für dich selbst. Du verdienst besser, mein Mann. Richtig, du hast uns geholfen. Fuck. Ich hab keine Waffe, glaub ich. Doch, ich hab hier das... Das Eispickel-Ding. Ähm. Ja, ja, ein bisschen näher. Boah, wir schroren. Fuck. Ja, ja, komm. Nein. Fuck. Ich wollte doch nicht diese Taste drücken. Nein. Ich wollte das nehmen. Ah, das war's. Ich sterbe. Ich sterbe. Guck mal, ich wollte doch einfach nur kuscheln. Ja, ich wollte doch drei drücken, wenn ich zwei. Komm, 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 guck, 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 guck. Und ich. So. Zack. Genau so wollte ich's haben. So können wir schön in Ruhe Anna alles absuchen. Kommt die uns nicht hinterher, die. Ist das ne Tür? Wieso ist hier ne Tür? Dann gehen wir nochmal rum. Ah, ne Leiter. Wieso? Ich kann das auf mein eigenes. Warum nicht? Achso, das Ding. Ähm. Von wo? Ach, da. Von wo? Ach, da. Könnte auch sein, dass wir jetzt unter Crawford sind. Dann brechen wir's auf. Ist doch egal, ob das abbricht oder nicht. Ich hab' das bereits versucht. Es wird nicht weg. Wird mein Ding jetzt kaputt gemacht? Nee. Ähm. Versuchen wir das nochmal. Hm. Was kann man denn noch machen? Dann versucht die Tür. Versuchen wir nochmal. Obwohl. Damit kam doch die Molly auch hoch. Aber ich glaub' nicht, dass wir so sportlich sind. Was zur Hölle? Okay. Dahinter ist was. Äh. Kluge Menschen. Haben da was gebaut. Zum Henker hin das da. Das ist der Atombuker. Das ist der Atombuker. Hm. Perfekt. Die haben's auch noch Essen. Ich glaub' das ist Crawford. Irgendwer lebt hier. Wenn nicht sogar Molly selbst. Schauen wir mal hier rein. Hi. Wer bist du? Ich glaub' das sind die Alten aus Crawford. Ich glaub' das sind die Alten aus Crawford. Ich glaub' das sind die Alten aus Crawford. Ich glaub' das besser zu sprechen. Ich bin nicht von hierher. Ich bin von Athens. Ich bin in Macon. Ich habe ein Bruder in Macon. Du warst da? Wie war es? Wie schlecht wie hier? Ich bin aus. Ich bin aus. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schauen ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr als ein Bruder, als jemand von Crawford uns gezeigt hat. Danke, Vernon. Was denk' das, wenn sie hier finden, dass wir hier unten stehen? Dammit. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann das Risiko. Ich bin aus Crawford. Aber ich habe gesehen, was sie dort gemacht haben. Das macht mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, dass du auch nicht bist. Entschuldigung. Ich denke, dass du ein guter Mann bist. Bleib zurück! Oder ich versuche, ich werde schießen. Ich habe dir gesagt, er ist ein Lion. Er ist einer von ihnen. Schau ihn bevor er uns schießt! Tatsächlich? Ey! Ich habe mich erschossen. Ach, hätte ich gewusst. Ich habe echt gedacht, er wird nicht schießen. Ich bin ja schon. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Nein, wir sind ja. Wir sind ja auch. Das ist ja. dass du sich wohl aneinander schlafen und wegklappst. Einer ist jetzt. Hey! Ich bin ja, ich처분 mich nicht verliebt. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verlettern. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgekommen, dann herausfinden, wir sind hier. Bist du von Crawford? Sie sagen mir nicht. Ich weiß. Wo kann er denn sein? Alle anderen hier sind tot. Ich kam hier mit einem kleinen Grupp, hoping zu finden ein Boot. Ich wollte nur hier raus. Wie geht es dir? Es gibt keine Boot hier. Crawford hat alles genommen. Ja, ich habe gehört. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schrauben ihn in die Hände? Warum nicht? Es ist mehr ein Gerät als jemand von Crawford der uns gezeigt? Danke, Vernon. Was denkst du, wenn sie hier rauskennen, dass wir hier oben sind? Verdammt. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann das Risiko. Schau. Ich will das nicht machen. Es ist ein Gespräch, okay? Was ist das Gespräch? Du kannst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin ein Wissenschaftler. Ich will heute nicht sterben. Und ich glaube, dass du mich auch nicht möchtest. Nicht. Ich komme nicht näher. Oder ich schreue. Ich bin ein Schrauben. Ich bin ein Schrauben. Ich bin ein Schrauben. Wir sprechen nur über das. Vernon, was du machst? Schrauben ihn! Niemand braucht den Schrauben. Es ist einfach so schnell. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Vernon, was du machst? Vernon! Relatsch. Ich bin nicht hier, um dich zu schrauben. Ich bin nicht. Es ist wirklich nicht aus Crawford? Nein. Ich bin nicht. Also, wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind weg, wenn sie angefangen haben. Sie sind zu schrauben. Wir sind mit den Schrauben und den Schrauben. Sie haben, die Schrauben zu gewinnen. Und die Schrauben zu lassen. Es gibt keine Raum für Schwanz. Oder bei Schrauben. Oder bei der kleinen Schrauben. Sie sind so groß. Oh, so, you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? The morgue? Yeah, irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? I told you. My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you. But we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care. And I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Ah, ein doctor. Um. Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Oh, genau. Durch lieb. Ist alles gut. Hm. Scheint ein ganz netter Kerl zu sein, der Vernon. Mit einem Doktor können wir immer in unserer Gruppe gebrauchen. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey. You made it back. Who's this? He didn't tell you about me. I'm the one who saved his ass back at the river. Who's the fossil? This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. Ach ja, die Spitzhacke. Oh, wie man das Ding auch immer nennt. Er muss ganz schön robust sein, wenn man damit normalerweise klettern geht. Man will ja nicht, äh, runterfallen, sag ich mal. Christa, was ist falsch? Es ist Omead. Er hat sich verhörter. Viel verhörter. Ah, fuck. Wir haben einen Mann, die verhörtert. Wer ist das? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Könntest du ihn sehen? Willst du ihn sehen? Du musst uns helfen. Bitte. Ich will sehen, was ich tun kann. Bring mich an ihn. Omead, Honey, du wirst dir alles gut sein. Lee brachte einen Doktor. Okay, schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne eine Publikation. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von dir selbst zu betrachten hast. Clementine. Clementine? Fuck, wo ist Clementine? Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal.